Ich denke, Kleidung hat natürlich die Aufgabe, dass man sich wohlfühlt, dass sie die Persönlichkeit unterstreicht und dass sie einen natürlich in gewissen Situationen auch ein Stück weit selbstbewusst wirken lässt. Und das Schöne an Shaping New Tomorrow ist, dass hier beides möglich ist, dass ich mich gleichzeitig wohlfühle, aber auch gut gekleidet bin.